Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute haben wir ein spezielles Thema, Kinderwunsch. Viele junge Menschen möchten heute immer noch ein Kind haben und haben aus hormonellen oder anderen Gründen immer mehr Probleme, Kinder zu bekommen. Über dieses Thema möchte ich heute gerne erzählen. Ich habe heute Robert Kaczynski eingeladen, unser Moderator. Herzlich willkommen. Grüß dich Daniel, vielen Dank. Schön, dass du wieder da bist. Kinderwunsch, ich denke mal so ein Wunsch haben viele Menschen im Kopf und wünschen sich Kinder, weil es eine wunderbare Sache ist. Häufig hört man ja auch, man hat es sicherlich schon beim Umfeld mitbekommen, vielleicht auch medial, dass eine Frau nicht schwanger werden kann oder da läuft irgendetwas schief. Und so richtige Ursachen habe ich noch nie gehört. Ich meine, das ist immer so ein bisschen, es stand immer so im Raum. Warum hat das jetzt mit dem Kind nicht funktioniert? Also da muss es doch auch Ursachen geben. Naja, klar. Also das ist jetzt sehr komplex, das ist aber auch das Thema. Da gibt es ja ganze Kliniken, die nichts anders machen als solche Sachen. Ist klar, da ist auch viel Geld zu verdienen. Überall, wo man viel Geld verdienen kann, ist natürlich auch eine Industrie interessiert, das zu tun. Dagegen spricht überhaupt nichts. Das ist eine medizinische Art, das zu tun. Und wenn es erfolgreich ist, ist das super. Wir sind natürlich anders denkend. Also wir denken ursächlich im Sinn, wir versuchen nicht etwas zu reparieren, das nicht gut geht, sondern wir versuchen es so zu machen, dass der Körper das wieder kann. Es ist ja klar, dass wir die Problematik haben, auf der einen Seite, dass die Frau jahrelang unter Umständen die Pille genommen hat, als ein Verhütungsmittel, dass das den Hormonhaushalt natürlich stört. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Mann, der über das Wasser immer wieder auch diese Pille in Mikrodosen schluckt. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, die Samentätigkeit des Mannes lässt massiv nach. Und das hat nicht etwas speziell mit Hormonen zu tun, sondern das hat viel mehr etwas zu tun mit negativen Schwingungen. Also ich erzähle etwas ganz Logisches, weil jedem logisch ist. Wenn du einen Mann an den Herd stellst und der Herd ist, ist ein elektronischer Herd, der dynamisch arbeitet und der dann mit Frequenzen das rausschickt, ist das genau auf der Höhe seiner Prostata und seiner Geschlechtsorgane. Und wir haben heute sehr, sehr viele Probleme in diesem Bereich. Man weiss das auch, dass Induktionsherde da Riesenprobleme machen können. Also was ganz Einfaches. Wird nie erzählt, Induktionsherde ist der Tod, der Hoden, weil praktisch alle Köche, die mit Induktionsherden arbeiten, sind nachher nicht mehr zeugungsfähig. Also ganz einfache Sachen. Das ist ja hochinteressant. Ich als Mann koche nicht gerne, habe ich ja Glück gehabt. Jetzt gibt es etwas anderes. Immer mehr Menschen, sie wollen ja digital überall verbunden werden, die kaufen sich so einen Hotspot, damit sie noch besseren, auch 5G in ihrer Wohnung haben. Also das 5G geht ja nicht durch die Wand. Also das heißt, das 5G musst du innerhalb des Hauses nochmals selber machen. Diese Geräte gibt es, die kannst du heute kaufen. Wir haben das alles ausgetestet. Ich kann jetzt von mir aus sagen, nebst dem, was passiert. Also ich werde Videos machen darüber, weil ich das ja brauche dann für meine Nanomagnetfeldmatte. Ich werde Videos darüber machen, was da passiert. Also da erschrickst du, was da passiert. Und ich kann ja nur von mir sagen, was das jetzt bei mir auslöst. Ich spüre nach 10 Sekunden, das Ding läuft nach 10 Sekunden meine Prostata. Ich habe kein Prostata-Problem. Nach 10 Sekunden, wenn das Ding läuft, spüre ich meine Prostata. Ist das jetzt bei den klassischen Induktionsherden davon? Es ist Induktion oder das ist eine andere Schwingung. Induktion ist natürlich eine andere Bandbreite als jetzt 5G. Ist klar. Aber beides ist hochdynamisch. Und es geht darum, dass man ein Verständnis hat, dass ein Wachstum, ein Wachstum in einer tiefen Frequenz passiert und eine Zerstörung in einer hohen, hochenergetische, hochfrequente. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Reif-Tech-Gerät eine kranke Zelle töten wollen, dann machen wir das mit der richtigen Frequenz. Das ist super. Wir töten eine sehr selektiv eine kranke Zelle. Wenn wir jetzt aber mit Wellen, chaotischen Wellen, auf den Körper losgehen, dann ist ganz klar, dass da auch was passiert. Und zerstört natürlich dann der Wachstum der Zellen. Das heißt, du siehst auch ganz stark wieder das Thema Strahlung. Absolut. Sei es natürlich durch 4G, 5G WLAN, aber auch hier Induktionsherde, die eines der Ursachen sein können, die dann den Kreislauf starten, was dann zum Mann führt. Häufig denkt man ja gerade bei diesem Kinderwunsch, das ist ja ein Problem bei der Frau. Aber es kann ja genauso gut beim Mann sein. Prostet da, dann geht es dann rüber, Sperma und dann gibt es den weiteren Kreislauf und die Frau bekommt eine Qualität mit. Da kann nichts passieren. Nein, die sind entweder zahlenmäßig zu wenig oder zu viel zu schwach. Das ist mal ein Riesenthema. Dann haben wir bei der Frau die umgekehrte Seite, natürlich auch genau die gleiche Strahlenbelastung und so weiter. Ist ja klar, dort wirkt es natürlich mehr in den Eierstöcken. Was wir ganz viel haben, ist dann, dass bei der Frau das Immunsystem schwach wird für die Aufbau der Schleimhaut. Wir Männer haben Glück, wir haben da nur ein paar Hoden und da braucht es nicht viel, viel Schleimhaut. Bei der Frau braucht es eine Menge Schleimhaut. Wir haben dann die Eileiter, die sind schon ein Riesenproblem. Die Eileiter haben immer nur eine Bewegung. Das sind ganz kleine, feine Härchen, die dann das Ei weiterführen, natürlich Richtung, finde ich den Namen nicht, die das weiterführen. Und dann, dort wird es ja dann in Kontakt kommen mit den Samen des Mannes. Und wenn diese Härchen nicht mehr sauber laufen, bleibt das steckend, gibt es. Unter Umständen gibt es entweder eine Eileiterschwangerschaft, wenn das Sperma bis dort oben gehen kann. Oder was noch schlimmer geht, ist dann, dass es sogar, weil die Härchen nicht gehen, fällt es runter in den Bauchraum, fällt das Ei runter in den Bauchraum der Frau und gibt dort eine Endometriose. Also, und wenn wir jetzt diese Situation anschauen, haben wir einfach sehr oft Probleme, auch im Immunsystem, dass wir eine schlechte Schleimhaut haben bei der Frau, dass sie da eigentlich nicht mehr die Eier richtig vorwärts bewegen kann oder dass die Verbindung mit dem Spermia nicht mehr richtig passieren kann, weil das Ei stecken bleibt. Also, wir haben auch immuntechnische Probleme durch diese Schwingungen, die immer mehr kommen, immer mehr verbreitet sind. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Man sieht ja dann, wenn der Frauenarzt das sieht, sieht dann vielleicht Problematiken, aber in den meisten Fällen ja nicht unbedingt. Weil es muss ja nicht sein, dass er jetzt irgendeine Entzündung direkt zieht im Eileiter oder so. Das kann gut sein, dass es einfach nur die Eier nicht richtig vorwärts bewegt werden. Ja, die Zusammenhänge sind natürlich schwer zu erschließen, weil auch hier in diesem Fall muss man den ganzen Menschen betrachten, aber man muss auch sein Umfeld betrachten. Wir sehen natürlich Probleme im Körper. Okay, aber der Körper macht ja keine Probleme von selbst, sondern er reagiert hier nur auf irgendetwas, was für ihn Probleme bereitet. Sei es Mangelzustände oder das Beispiel mit der Strahlung, was von außen zugeführt wird und der Körper das nicht mehr gegensteuern kann. Genau. Und jetzt geht es darum, dass man rausfindet bei den Klienten, sind wir in einer Situation auf der einen Seite, wo jetzt der Körper so gestresst ist, jetzt sagen wir mal immuntechnisch durch die Schwingung oder sind wir in einer Situation, was die meisten Leute machen und schaut nur die Hormone an. Also wo liegt die Problematik? Und ist klar, die Medizin schaut nur die Hormone an, der Rest wird gar nicht groß angeschaut. Aber ich denke, dass gerade das Immunsystem und die Schwingung und Qualität der Eier und der Spermien viel, viel entscheidender ist. Und was wir viel machen, meine Frau ist ja Spezialistin in der Hormonkinesologie. Also sie hat wahnsinnige Erfolge mit Schwangerschaften. Also das heißt, die Leute kommen, zwei, drei, vier Monate später sind sie schwanger. Also die Frau ist schwanger. Aber es funktioniert. Das heißt, alleine durch die Informationsveränderung, Kinesologie ist nichts anderes als Information, alleine durch die Informationsveränderung, wenn wir am richtigen Ort ansetzen, kann der Körper, hat der Körper die Kraft, selber wieder das zu lösen. Also es ist nicht immer so, dass man alles therapieren muss. Sehr oft ist es so, dass es nur die Information verändert werden muss, damit der Körper das wieder kann. Das heißt, er muss aus dieser Starre der chaotischen Schwingungen rausgehen und seine eigenen dynamischen Schwingungen, sagen wir mal jetzt die Leute, die daran glauben, göttliche Schwingungen, die ursprünglichen Schwingungen wieder reinzubringen. Und wer stärker ist, gewinnt. Also das kann sein, dass man nur mit so ganz einfachen Methoden wieder schwanger werden kann. Also es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Und wenn ich richtig gehört habe, deine Frau macht ja Kinesologie. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Das ist jetzt, da würde ich eine stündige Sendung machen. Es ist klar, dass alles mit allem verbunden ist. Wenn alles mit allem verbunden ist, dann hat es aus der kinesologischen Sicht hat alles mit Mudra zu tun. Das heißt, jede Stellung einer Hand oder einer Situation repräsentiert mit einer verschiedenen Verbindung einen Stoffwechselprozess innerhalb einer zellkomplexen Situation. Also nehmen wir mal jetzt den Eierstock oder nehmen wir jetzt den Samen des Mannes und dort kann man sofort dynamisch das wieder in Reaktion bringen. Dort, wo du hingehst, dort, wo dein Gedanke ist, dort bist du. Dort geht deine Energie hin. Ich könnte ja gar keine Ferndiagnose machen, wenn ich nicht eine Verbindung mit dem Klienten hätte. Und wir machen die Leute, die nicht zu uns kommen. Es gibt viele, viele Leute, die nicht zu uns kommen können wegen der Distanz. Wir arbeiten ja in ganz Europa. Die schicken einfach ein Portrait des Mannes und der Frau. Und dann teste ich beide. Und dann schauen wir, wo liegt die Thematik. Liegt die Thematik, liegt die im Hormonsystem? Kann gut sein. Dann geben wir über die Haut die richtigen Hormone in D oder in C Potenz, also D4, wenn er was auslösen muss, C30, wenn er was bremsen muss. Und so gleichen wir den Körper aus, dass mal die hormonelle Information auch da ist, wenn er nicht zu meiner Frau kommen kann. Ist extrem erfolgreich. Ist klar, wenn die Kinesologie arbeitet, ist es noch viel, viel genauer. Also wenn man die Hormonkinesologie bei meiner Frau bekommt, dann ist es noch viel genauer. Weil wenn wir über Homöopathie arbeiten mit ähnlichen Schwingungen, wir bringen es natürlich so in Resonanz. Aber nicht alle Menschen können zu uns kommen. Deshalb müssen wir das anbieten. Und Immunsystem ist es klar, solange das Immunsystem nicht in einer krankhaften Situation ist. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind in einer noch selbst regulierenden Situation. Das ist meistens so. Dann kann man das mit Homöopathie, mit Stoffwechselprodukten, mit gewissen Cremes, kann man das sehr gut lösen. Aber, und das ist ganz wichtig, der Mann muss auch mitmachen. Ja, das braucht ja beide. Ja klar, der Mann muss auch mitmachen. Selbst wenn der Mann sagt, ja, meine Spermien sind noch okay, oder? Diese Spermien müssen energetisch ein Kind machen wollen. Das ist halt jetzt, was ich da erzähle. Wir wollen ja Leben erzeugen. Wir wollen Leben erzeugen. Wir wollen nicht was machen. Wir produzieren nicht das Leben. Also wir müssen Ehrfurcht haben vor dem Leben. Da entsteht ein neues Individuum. Und wenn der Mann da energetisch nicht mitmacht und sagt, mir reicht es, wenn ich ein bisschen den Spermien rausschicke, ist das halt nicht die gleiche Energie. Das heißt, die Natur funktioniert vielleicht in vielen Fällen, aber in solchen Fällen vielleicht schon nicht mehr. Und wenn der Mann nicht mitmacht, ist es ganz, ganz schwierig. Die Frau ist dann bereit für den Samen, aber der Samen sagt, ja, was soll ich? Vielleicht will der Mann dann auch gar nicht wirklich ein Kind. Sondern er sagt nur, aus Frieden im Haushalt machen wir halt eines. Das ist auch nicht sinnvoll, dass dann ein Kind kommt. Das soll ja gar nicht kommen. Die Energie, ein Kind zu machen, muss ja wirklich mit Liebe oder mit Überzeugung da sein, dass man ein neues Leben entstehen lässt. Und wenn da nur eine Seite das möchte, ja, die Natur hat es vorgesehen natürlich. Das war früher so. Also das ist ganz klar, vor 100 Jahren waren die Frauen, die Männer viel zeugungsfähiger als heute. Ich glaube, das weiß jeder. Das ist völlig klar, dass diese Umweltgifte und diese Umweltschwingungen uns chaotisch kaputt machen. Das weiß eigentlich auch jeder. Aber die Lösung ist natürlich die Frage, wie willst du das angehen? Und ich bin der Überzeugung, wenn es in dieser Phase dann kein Kind gibt, so dramatisch das tönt, dann kann es gut sein, dass das 10, 20, 30, 40 Jahre später für das Paar vielleicht die richtige Lösung war. Weil wenn man alles macht, um schwanger zu werden und es geht trotzdem nicht, ist das aus meiner Sicht natürlich nicht ein Schicksal, sondern eine göttliche Lösung. Vielen Dank, Daniel. Das waren jetzt ganz viele Ansichten, wie du schon richtig sagtest. Der Wille, der innerliche Wille, das Wollen, muss von beiden Partnern kommen. Und ja, da fängt es eigentlich an. Es kann keine Gefälligkeit des Mannes sein, der Frau ein Kind zu machen. Ist in der Gesellschaft schon ein bisschen so, hört man so. Viele Fälle nicht, aber in einigen Fällen schon. Es ist so, so machen wir halt ein Kind. Nee, also die Verantwortung, ein Kind zu machen, ist die größte Verantwortung des Lebens. Es gibt keine Größe, aus meiner Sicht, ist klar. Jeder denkt, wie er will. Definitiv, häufig ist es die Situation, die Frau will, der Mann nicht und umgekehrt. Umgekehrt ist natürlich auch gefährlich, wenn der Mann will und die Frau will nicht. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil ohne Frau kann er es nicht. Aber wie gesagt, es gibt Hoffnung, dass du das Ehepaar oder wie auch immer auf jeden Fall den richtigen Weg aufzeigen kannst. Sei es auf der Informationsebene, sei es, dass Probleme irgendwo im Stoffwechsel sind. Also die Möglichkeiten hast du auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also wir können wirklich sagen, dass wir eine enorm hohe Anzahl von Erfolg haben, aber selbstverständlich nicht 100 Prozent. ist ja klar, wenn du 50 Jahre alt bist und du kommst, dann hat es einfach irgendwelche Probleme, die wir nicht mehr lösen können. Es muss ja noch irgendwo in einem Stoffwechselalter sein, wo die Dynamik noch groß genug ist, sowas zu tun. Vielen Dank, Daniel. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer nach Ihnen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen neue Einsichten geben in das Leben, im Bereich das Leben auch zu formen, Neues zu machen. Es ist klar, dass wir ganz anders denken. Selbstverständlich denken wir stoffwechseltechnisch, aber wir denken sehr stark auch informativ, schwingungstechnisch. Wir denken in der Form der Liebe. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben, wie es sinnvoll ist, diese Geschichte anzugehen, wenn man nicht nur den medizinischen Weg nehmen will. Herzlichen Dank für das Zuschauen und bis bald. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017